Liebe Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, vom Banifatius-Werk gratulieren wir Ihnen herzlich zum halben Jahrhundert. Und wir möchten Ihnen Danke sagen. Danke, dass Sie durch Ihren Dienst und als wertvolle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren einen wichtigen Beitrag in der Pastoral leisten. So wie Sie unsere Anliegen weitertragen, so bereichern Sie auch unsere Arbeit mit den entsprechenden Impulsen aus der Praxis. Sie geben unserer Kirche ein konkretes Gesicht und stellen sich mutig den Herausforderungen unserer Zeit als Hoffnungsträger für heute und morgen. Für das weitere Wirken wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute und Gottes Segen.